Sir Edmund Hillary, der Mann, den fast alle Bergsteiger vom Hören her kennen. Wer er war und was seine Lebenswerke abseits des Mount Everest waren, das erfahrt ihr heute bei Legenden im Portrait. Am 20. Juli 1919 wurde Edmund Hillary in Auckland in Neuseeland geboren. Schon als Kind lernte er in Neuseeland in den neuseeländischen Alpen das Bergsteigen. Diese Kenntnisse, die er sich schon in jungen Jahren angeeignet hat, die wird er eines Tages noch definitiv brauchen. Doch war Bergsteigen nicht sein Beruf. Er war eigentlich beruflich Imker und während des Kriegs 1944-45 war er Navigator bei der Royal New Zealand Air Force. Nach dem Krieg begleitet er in den 50er Jahren mehrere Expeditionen im Himalaya, um so Erfahrungen in der Region zu sammeln und seine Leidenschaft, das Bergsteigen auch im großen Stil ausleben zu können. Auch eines Tages am Mount Everest. 1953 war er Teil der britischen Expedition von John Hunt. Der Brite reiste mit detaillierter Vorbereitung und einem Team aus Könnern zum Mount Everest. Nachdem er es aus britischer Sicht diverse Misserfolge und Rückschläge teils bis knapp unter den Gipfel gab, sah es er als seine Pflicht für sein Heimatland, den Sieg über die Erstbesteigung zu erlangen. Die Expedition sollte aus erstklassigen Bergsteigern bestehen, jedoch sollten keine Berufsbergsteiger dabei sein. So ergab sich ein Team, in dem unter anderem auch der Neuseeländer Hillary seinen Platz fand. Übrigens, wenn euch die ganze Geschichte über die Erstbesteigung des Mount Everest im Detail interessiert, schreibt uns das gerne einfach unten in die Kommentare, dann werden wir auch darüber mal ein ausführliches Video machen. Was man aber für die Geschichte um Edmund Hillary noch wissen muss, ist, dass die Expedition 10 bis 11 Bergsteiger vorsah. Er war also nicht allein. Und dennoch kam er als einer der stärksten Bergsteiger der Gruppe, unter anderem für die Besteigung des Gipfels infrage. Aufgrund der suboptimalen Wettersituation wurde am 28. Mai 1953 von den Kollegen auf 8.420 Metern nochmals Material für ein weiteres Hochlager deponiert. Von hier aus sollten am nächsten Tag der Aufstieg von Edmund Hillary und dem unglaublich erfahrenen Sherpa Tenzing Norgay starten. Entgegen der Vermutungen, dass Tenzing Norgay, so wie es heute oftmals der Fall ist, ein reiner Träger von Material war, vor allem in diesem Moment, war er ein Bergsteiger, der gleichwertig wie Hillary war. Er galt unter den Sherpas als einer der erfahrensten und kompetentesten Bergsteiger überhaupt. So sollte es am Tag darauf, dem 29. Mai, losgehen und um 6.30 Uhr starteten die beiden aus dem Hochlager in Richtung Gipfel. Glücklicherweise fanden sie am Weg auch noch zurückgelassene Sauerstoffflaschen mit Kapazitäten für den Abstieg. Gegen 9.30 Uhr gelangen sie auf den Südgipfel des Mount Everest und ab hier ging es in völlig unbekanntes und neues Terrain. Hier standen sie dann vor einer 12 Meter hohen Felsstufe, die äußerst exponiert durchklettert werden musste. Edmund Hillary hat diese überwinden können. Ihr kennt diese Stahlstufe vielleicht aus Büchern oder Filmen, vielleicht auch von Bildern. Es ist der berühmte Hillary Step, vor dem heute längere Schlangen entstehen als vor jedem Baumarkt am Tag vorm Lockdown. Doch damals war das durch die mangelhafte Möglichkeit der Absicherung ein echtes Horrorszenario vor allem im Abstieg. Ein Fehler hätte den Tod bedeutet. Doch wir wissen fast alle, wie diese Geschichte ausgeht. Um 11.30 Uhr erreichten sie sicher den Gipfel. Edmund Hillary und Tenzing Norgay schrieben in diesem Moment Geschichte. Nach dem Abstieg wurden sie gefeiert wie Volkshelden. In der ganzen Welt hat sich eine Nachricht über die Erstbesteigung des höchsten Berges der Welt wie ein Lauffeuer verbreitet. Ein Neuseeländer bestieg unter einer britischen Expedition den Mount Everest. Tenzing Norgay als eigentlich armer Sherpa begam außer einer Medaille und kurzfristiger Anerkennung leider relativ wenig. Eine Ehrung erhielt er auch nicht. Doch zu seiner Person wird es ohnehin noch eine Folge Legenden im Porträt geben. Wie ging es weiter? Edmund Hillary erhält Post aus dem britischen Königreich. Er sollte für seinen Dienst eine Anerkennung erhalten. Edmund Hillary wurde von Elizabeth II. zum Ritter geschlagen. Doch statt sich auszuruhen, begab er sich dennoch weiterhin auf Expeditionen. Er fand seine Erfüllung im Bergsteigen im Himalaya und ihm gelangen in den folgenden Jahren noch weitere Gipfelerfolge, jedoch ohne dementsprechend mediale Wirkung. Es war eben nicht der höchste Berg der Welt. Nachdem er die Abenteuer und die Kälte des Himalayas gewohnt war, ging es für ihn im Jahr 58 auch noch zum Südpol. Nach Hamilton und Scott erreichte er auch als dritter Mensch jemals den Pol. Später sollte Edmund Hillary aber nicht nur Bergsteiger sein, sondern vor allem in seinem wohlverdienten Ruhestand wurde er zum größten Kritiker des Sensationsbergsteigens und des kommerziellen Ausschlachtens des Himalayas. Edmund Hillary war dann zeitweise auch neuseeländischer Botschafter in Indien, Nepal und Bangladesch. Außerdem wurde er zu einem bemerkenswerten Schriftsteller. Er veröffentlichte viele Texte und Bücher, war gern gesehener Gast bei Interviews und wirkte als Auskunftsperson bei diversen Filmproduktionen mit. Was ich euch noch nicht verraten habe, Edmund Hillary baute sich während seiner Zeit in Nepal eine tiefe Beziehung zu Kultur und zu den Menschen der Region auf. Bis zuletzt investierte er viel Geld in den Himalayan Trust, der von ihm selbst gegründet wurde. Dieser setzt sich dafür ein, dass in Nepal Schulen und Krankenhäuser gebaut werden. Außerdem behielt er sich eine tiefgehende Freundschaft mit Tenzing Norgay bei, die sich vor allem bei einer Vereinbarung zwischen den beiden sehr deutlich zeigt. Als 1953 die Frage aufkam, wer denn letztlich als Erster am Mount Everest stand, antworteten sie und antworteten sie bis zuletzt, dass sie den Gipfel gleichzeitig erreicht haben. So konnte keine Nation den Sieg eindeutig für sich erklären und die Briten und die Nepalesen teilen sich bis heute die Erstbesteigung des Mount Everest. Eine schöne Lösung für eine Frage, die wohl letztlich nur für Streit gesorgt hätte, wenn man sie anders beantwortet hätte. Norgay und Hillary verbanden die tiefe Freundschaft und nicht der Erfolg über eine Erstbesteigung. Beide Erstbesteiger nahmen diese Form der Anerkennung füreinander mit ins Grab. Am 11. Jänner 2008 stirbt Edmund Hillary in seinem Geburtsort Auckland an einem akuten Corona-Syndrom. Umgangssprachlich, Herzanfall. Sir Edmund Hillary war nicht nur der Erstbesteiger des Mount Everest, sondern hat eine Kultur ins Rollen gebracht. Die Kultur des Bergsteigens, die wir alle heute so lieben. Er hat das Bergsteigen berühmt und teilweise auch berüchtigt gemacht. Seiner Expedition sollten viele hunderte andere auf verschiedenste Gipfel folgen und aus seinem Vorgehen entwickelte sich der Mut und die Aufopferung vieler weiterer Bergsteiger, die unbekannten und großen alpinistischen Probleme der damaligen und heutigen Zeit anzugehen. Er hat das Bild des Bergsteigens nachhaltig geprägt und bis zuletzt auch weiter seine Standpunkte und seine Meinungen zu den Entwicklungen der Zeit im Bergsport kommentiert. All das und nicht zuletzt auch sein großes Herz für die arme Region Nepal machen ihn letztlich zu einer wahren Legende.